Ein herzliches Willkommen unter Lutzer und Wettepaar, Diskaia 5 Alliance of Vengeance. Wir geben einen Daumen nach oben, weil Diskaia awesome ist. Und beim letzten Mal haben wir Red Magnus besiegt. Red Magnus hier, den Overlord der Scorching Fires. Daraufhin hat er sich uns angeschlossen und kämpfte zusammen mit uns gegen Dark Void. Was aber merkwürdiger, ein merkwürdiger, mysteriöser Verfolger hat uns hier angeschaut. Er hat hier über Kilia sich gewundert und über seine mächtige magische Kraft. Was das so bedeutet, werden wir wahrscheinlich auch noch herauffinden. Whoa, whoa, whoa! Hold on for one minute! Sarah is mine! Red Magnus won't let anyone else super have her! Who's that? Next time on Seraphina Story Episode 2, Because of Love. Tonight, you will be falling in love. Do you need your heads examined? Woa, was ist mit all dem Schriemen? Was ist passiert? Now is no time to be calm, Zerkilia! This is an emergency! Are we under attack from the lost? No! Of all things, that monkey put his underwear in with my laundry! His freaks came in contact with... Is that all? What a stupid reason. It is not stupid! That brute has tainted my purity! Hey, Sarah! Who are you calling Sarah? Don't you dare give me a nickname! But your name is too long. Sarah is fine, right, Sarah? By the way, where'd you hang my underwear to dry? I sent them down the road to Hades! What does that mean? It means she threw your underwear away. Duh. Huh? She did what? But the tiger print was my favorite! And not to mention, my only good pair of underwear! He has absolutely zero tact. Just the idea of that man being in my vicinity is enough to disturb my peace of mind. I would overcharge him for rent, but that idiot doesn't even have a single hell to his name. And he's supposed to be an overlord? Maybe I should cut off his head and claim the reward. They're all so noisy. Allies? You never learn, do you? They're not my allies, and I don't need any allies. Sure, you say that, but here you are with them. You're a blood-soaked renegade out for revenge. Allies don't suit you. Or, did you forget what happened? I'll never forget. Vengeance is the only thing that keeps me going. Right. You don't have anything to protect anymore. Let anger saturate every fiber of your being. Release me, and destroy everything! Episode 2, Demon General. Where are they? Have they been found yet? Your Excellency, Rebels have appeared in the frontier of Blood Parch. The main squad that was stationed there has been completely wiped out. As his 83rd secretary, I shall be assisting Lord Void Dark. I am Count Ringy G. Though I am not worthy and mightily frightened, I shall be speaking on behalf of the great Lord Void Dark G. Ahem, you said you had important information to report, so I made time for you, but is that all you got, Gi? No, um... Do you think a dragon would care one bit about what ants may do, Gi? If you know they're rebels, then why don't you go kill them, Gi? Is there a reason you're wasting out time with this? Or did you want to accept responsibility for the weak squad that was destroyed? Is that what this is about, Gi? What? What? No, that's not... Ah! Hm. Worthless. Lord Void Dark, we have taken control of the Netherworlds of Furious God, Anguished Illusion, and Miserable Corpse, as scheduled. My, as expected of Demon General Bloodis, Demon Emperor Void Dark will surely be satisfied with your work, Gi. Sixty percent of all Netherworlds are now in the hands of Lord Void Dark. We just need to suck in the surrounding Netherworlds too, Gi. Ha, ha. Understood. Killia, you can now use the skill shop now, dude. Thanks you for waiting. I am happy to announce that the skill shop is now open. There are efficient functions here that will help you progress through battle smoothly, so please come quickly. Woo. My hips hurt from cleaning, dude. Oh, Killia, the innocent shop is now open. Thank you for helping me, Branny. Thanks to you, we are able to clean up the innocent shop really fast. Please come see the cute innocent everyone. Let's play together. By the way, since we got rid of the lost army in Bloodpath, where are we going next? We don't have any information right now. I would like to get information about Void Darks whereabouts. Don't worry, the Prentice are searching for it. I think they'll return soon with some information. We should talk to the citizens of the Pocket Netherworld to get information about the lost. Welcome to the innocent shop. It is a place where we hold on to the innocent who will lend their power to items. The innocent that we take care of here can be combined to become stronger. Oh, we can move them to other items. Versteh' jetzt nicht so ganz. Also, ich könnte jetzt hier mehrere items hinzufügen, damit es besser wird. Habt ihr das richtig verstanden? Ich glaube schon. Okay, gut. Brauen wir nicht, wollen wir nicht. Das war super gefährlich. Red Magnus hat fast in die schwarze Halt getrunken, mit seinem Unterdruck. Oh, I would be completely fine if you hadn't come back. Hey, Sarah. You're in a big trouble for throwing out Red Magnus' favorite pair of underwear. You do know what's gonna happen, right? Anyway, you're in a way more trouble for throwing your dirty underwear in with my laundry. Looks like you're not gonna apologize. You're the one. While we are at it, let's decide who is the better overlord. Sir Kilia, it's no use. Hey, Sarah. What was that just now? I don't know. Sir Kilia can be quite mysterious sometimes. Ihr könnt ganz schön mysteriös sein, meine Freunde. So. Ich finde, ich finde ihr Lachen so cool von der Sarah wieder dieses. Oh, 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 oh. Sie, ey, ganz ehrlich. Die wird auch als böse super durchgehen. So, der Skillshop. Also, okay. Wir können Skills kaufen und verbessern. Verstehe ich schon. Keelers zum Beispiel. Oh, Keelers. Red Magnus. Oh, jetzt aber richtig cool, Leute hier. So. Wir könnten ihn verbessern. Verstehe. Enhanced Power. Weaken Power. Umsobald wir denn die verschwächen. Not enough Mana. Achso, das kann man nur machen, wenn hier die Anzeige voll ist, oder? Hier, guck mal das auch nicht. Na doch, hier ging das jetzt. Hier haben wir not enough Mana. Hier auch nicht. Okay. Schauen wir nochmal bei Lucy vorbei. Der Heilskill. Enhanced Power. Enhanced Range. Range wäre echt geil. Power können wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr machen. Aber okay. Ist schon cool. Lernability. Ne, brauchen wir nicht. So. Okay. Gut. Die Frage ist, sollen wir uns jetzt eigentlich immer mehr Leute kaufen für unsere Truppe? Oder warten wir jetzt lieber immer erst ein bisschen. Oh, das ist immer in der Truhe. Weil ich bin mir nicht so sicher. Oh, dieses Zimmer. Dieses Zimmer. Ob wir uns jetzt hier immer direkt gleich 20.000 Sachen, äh, 20.000 Truppen kaufen sollen. Weil, es ist halt, eine kompakte, kleine Einheit kann ja auch ganz gut sein. Ha, ich weiß noch nicht. Erstmal bleiben wir jetzt aber bei uns. So, hier sind die neue Kisten. So, Blue Boy. Oder? Du bist doch Blue Boy. Warte. Ja, Blue Boy. Cool. So, this is Jane. Sie ist. Sie können, Sie können, Sie können, Sie können, Sie können. Good. Um. News. Okay, wir müssen. Oh, Red Magnus. Hey, Kira, you can stand toe-toe with the Supreme One. You're no honor and demon. Red Magnus suspect that you're an overlord of some famous Netherworld. I'm nothing as extraneous as that. I'm just a wanderer. Hey, yeah, right. Well, let's just leave it at that. Man, have a secret or two that I don't want anyone to know. Genau, so. Ach, da wollte ich hin, da oben. Da, das ist noch eine Kisse. Also, was wir hier gesehen haben, war ich... Wo bin ich denn jetzt? Hilfe! Hilfe! Gut, da kann ich wieder raus. Dieses Geräusch beim Springen ist so schön. Ähm, das, was wir hier gesehen haben, war jetzt also zum allererst mal hier Dark Void, den wir hier zum ersten mal richtig in Action gesehen haben und gesehen, dass er ein grausamer, furchtbarer Herrscher ist. Ähm, deswegen werden wir ihn natürlich hier noch eher stoppen, aber wir haben jetzt hier stark verbunden und sind ja in Kapitel 2, Leute. Kriegen wir hin. Wie macht er dieser böse Generalangst, den wir da gesehen haben? So, Nicole. Nee, okay, ich dachte, du erzählst mir was Wichtiges. So, ja, 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 nervt, 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 du erzählst mir was mit Abilities. Ja, gut, das kenne ich schon. Ah, ich bin nicht sicher. Da oben sehen wir dieses blaue Symbol. Ich dachte, das wäre jetzt eher... So. Keiner, wichtig. So. Oh, das sind die News, die kommen einfach nur so... Oh, jetzt hat er hier irgendwas Wichtiges gesagt. So, okay, wir wissen mal, wie lange muss ich auf Sponnet durchgelesen. Aber wurscht. So. Nur das mit den Quests, Nebenquests verstehe ich jetzt noch nicht. Ich weiß es nicht. Habe ich dir jetzt Abonnen-Quest, Lecture-Quest, Complete-Quest? Ah, Brawler-Rank, Tour-Better, Bloodpast, Triad. So. Ich frage, ich nehme jetzt erstmal alle... Alle Quests an. Weil, es ist doch... Ich kann die doch alle an den Fighter-Rank, Tour-Better, Mage-Rank. Das sollte ich doch eigentlich schon haben. So. Item-Collection-Target, any item. So, jetzt bin ich mir interessiert. Spell-Collection, Master-Skill, dä-dä. Goal. Nein, ich habe nicht. Goal-Kill und I'm Pretty muss man töten. Das kriegen wir hin. Das machen wir oft eigentlich. So. Hier zum Beispiel. Wählen wir irgendein item aus, was wir abgeben müssen. Zum Beispiel hier. Das Wurfmesser brauchen wir jetzt aktuell noch nicht. So. Und dann haben wir echt noch keine andere. Wir müssten doch sicher jemanden auf Level 2 haben. Echt nicht? Das wundert mich. Na ja. Ja, warte mal. Man müsste... Warte, wir nehmen jetzt wirklich alle Quests an. Weil, so wie ich das verstehe, äh, gibt, kann man diese Quests ja ganz nach Belieben eigentlich machen. Und das Prinzip ist eigentlich nur, dass man, äh, ja, sie irgendwann mal schaffen muss. So. Last Army Box. Wahrscheinlich haben wir auch. Okay, okay, es gibt doch eine Grenze. Es war ja klar, dass es eine Grenze an Quests gibt, sonst wäre es ja zu leicht. So, Review-Quest. Zack. Reicht ein item nicht? Warte, was müssen wir denn abgeben? Okay, äh, warte mal. Egal. Machen wir. So, und weiter geht's. So, gut, gut. Und dann würde ich sagen, hüpfen wir auch direkt zur nächsten Quest. Alle sind voll dabei. Starten wir einfach hier mit der nächsten Quest. Komm. Ich bin wunderschön, Mann. Ich habe gerade erhalten, Mann. Ich habe gerade bekommen neue Reporten von wo der Lost Army ist, wo der Lost Army ist. Sie sind in Spirid und Turbid, Mann. Es wurde von Overlord, Geese, der damals ein Veteran von Feiert. Ich habe von anderen Prinnies gehört, dass der Demons General ist auch da, Mann. Du hast gesagt, Demons General? Du bist sicher? Ich kann nicht confirmieren die Authentizität der Informationen, Mann. Mein Job ist einfach zu schützen, alle zu ihren Destinationen. Hm, diese Prinne ist nicht verwendet. Wer macht eine Scheiße? Es ist nicht egal, ob es wahr ist oder nicht. Alles wir müssen machen, ist Super-Lay der Crackdown auf alle! Das ist es! Hm, also der Demons General, hm? Ha! Sieht Spaß! Du bist so einfach, wie immer. Der Demons General verloren ist, dass der Demons General sehr stark ist. Der Kräuter von Overlord. Wenn wir sie ohne einen Plan zu schützen, werden sie einfach uns annihilieren. Ist das richtig, Herr Kylia? Um, Herr Kylia? Das bedeutet, dass wir kein Plan brauchen? Ich mag es! Er ist super verletzt für das! Ich mag es! Ich mag es! Es ist ein Mensch, die Menschen, die sich zu schützen, bevor ich mich. Es sind die Leute, die sich zu schützen! Es ist einfach, Herr Kylia. Ich werde dich schützen, auf den Weg der großen Serathina. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sir Killia, ist etwas falsch? Nein, es ist nichts. Ich habe nur etwas von meinem Vergangenheit. Wir haben dich gefunden, Rebels! Rebels? Was ist das? Ich bin der Sturm-Overlord, Red Magnus! Ich bin der Sturm-Overlord, Red Magnus. Wir haben uns informiert, dass du einer der Rebels bist. Wir nehmen dich alle wieder einmal. Alles wieder einmal? Du bist doch großartig für eine kleine Frie. Du bist wie ein Mothman in der Flamme. Als der Sturm-Overlord aus Gorgeous, Serafina, meine Servanten A und B, werden deine Leben nehmen. Bei Servanten A und B. Sie sprechen über uns? Du wirklich planst, um uns zu kämpfen, die Lost, direkt zu kämpfen? Du musst dich verrückt sein. Wir bekommen die Magik aus dem Demen General, die über unsere Normale Grenzen. Sie sind nichts, als Insekten zu uns. Du musst dich überraschieren. Du musst dich überraschieren. Du musst dich überraschieren. Ja, ha, 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 ha! Du hast das richtig gemacht! Herr Killian, du bist wirklich großartig bei taunting. Du bist ja nicht. Du bist da. Du bist du nicht. Du bist ja nicht. Du bist ja nicht. Du bist ja nicht. Du bist ja nicht. Es hat nicht viel geholfen, um sie zu kämpfen. Mit der Miochi-Claivoyenz, ich werde alles deine Abilität checken. Switch on! Geo-FX, Activate! These are... Geo-FX? What a pain. Huh? Geo-FX? What are those? Can we eat them? You guys, are you two seriously overlords? The Geo-FX I prepared beforehand. I'll be disappointed if they struggle with this simple obstacle. However, it seems I must resort to using these vulgar creedins. This is all the fault of those who tricked me. I'll get my revenge someday. That I swear. Alright, I'll explain how Geo-FX work. Tutorial. Geo-FX. Geo-FX play an essential role in formulating battle strategies. First, take a look at the colored panels on the map. They're called Geo-Panels. See the blue panel? Enemy boost plus 50% at the top of the screen? This means that enemies who are on blue panels will have an increase to their attack and defense by 50%. Isn't that unfair if only the enemies get a boost? Really? For the future's strongest overlord, it's a must-have handicap. Red Magnus says just super bring it! Hmm. I knew you'd say that. But fighting isn't all about charging straight ahead. It's important to use your head, too. Look at this. It's the source of the Geo-Effect. It's called a Geo-Symbol. Change green? What's that supposed to mean? If you destroy this change green Geo-Symbol, then the blue Geo-Panels will turn green. What happens when they change? When the color changes, any characters or Geo-Symbols that are on the panels will take damage. So, it's best to destroy the Geo-Symbol when your allies aren't on the Geo-Panels. Yeah, that's right. Red Magnus, can you destroy that Geo-Symbol? Alright! Leave the destruction to Red Magnus! I'll get super reckless! What up? It's not what it seems. Red Magnus super underestimated it a little. You're supposed to be an overlord. I pity the muscle head who can't even do the only thing he's good at, destroying things. It's my turn. Yuck! 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 Sarah! You did that on purpose! What are you talking about? Geo-Effects aren't always bad. There are some effects that are beneficial for your allies. Take a look at this. This is... could it be... So, if you defeat enemies on these panels, then you get more EXP than usual? That's correct. You can use Geo-Symbols and Geo-Panels to create Geo-Effects that give you an advantage or disadvantage in battle. Geo-Effects are an important part of any strategy. You should practice now, or you can. What do you think this is? This green ally-boost is about 50%. Yeah, the best would be it if we... Well, first of all, I'm going to take a look at the Seraphina. We're going to take a look at this first. That's a logical way. So, zack. But wait a minute. We're going to take a look at this one. We're going to take a look at this one. Sonst can't anyone spawn. That's not even better. Or wait a minute. Maybe we're going to take a look at this one. So, I test it all out. I know. A game of a game. Then we're going to take a look at this one. That's going to take a look at this one. Yeah, it makes a lot of damage. I thought it would make a bit more damage here. But, well. It's not so much that it's not so much. It's not so much that it's green. Denn nun. Ach so. Gelb. Wenn man das jetzt zerstörmeln, dann würde jetzt hier alles gelb werden. Verstehe ich das richtig? Okay. Dann. Aber wo ist noch immer Level 2, man? Jetzt kommt hier erstmal die erste Garde. So. Kilia. Und fern. Oder warte mal. Wir stellen ihn ein bisschen weiter hinter hin. So. Wir müssen ja nicht ganz provozieren, dass wir uns alle gleich hier angreifen. Ritimorgnuiz. Der geht dann. Dann verteidigt hier. So. Tiefer. Tiefer. Du gehst in die Mitte. Unsere Verteidigungslinie steht, würde ich mal sagen. So. Foba haben wir noch. Zack. Die können wir hier hin bewegen. Oder vielleicht doch besser dahin. Vielleicht können sie da schon angreifen. Nein. Natürlich nicht. Das wäre schon zu praktisch. Von hier aus könnte man wahrscheinlich angreifen. Ist ja klar. So. Wartet mal aber. Schaut euch mal. Zwei Felder. Eins. Ne. Warte. Bin ich da jetzt? Okay. Wartet mal. Dann müssen wir das anders machen. Dann müssen wir hier so hingehen. Attacke. So. Und Kilia bewegt sich da und verteidigt hier. So. Defend. Zack. Und. Schauen wir mal. Wir könnten auch sie so seitwärts auch attackieren. Das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Dann nehmen wir Jackie hier. Zack. Und die beiden Prinnies. So. Wir fangen jetzt mal an. Leute. Jetzt legen wir mal meine taktische Meisterleistung. Packen wir jetzt mal aus hier. So. Execute. Ja. Für den Schein. Geil. Das hat sich echt gelohnt. Will ich gar nicht anschauen. Nein. Zeig es mir gar nicht. Das ist so unfair. Diese Special Attacken. Meine Charaktere machen nie Special Attacken. Weil die sich gegenseitig alle nicht mögen. Aber egal. Kilia packt einfach seine Konterattacken raus. Die sind eh stärker als alles andere. So. Nun. Eigentlich war es gar nicht mal so eine gute Idee, die hinterzusetzen. So. Jetzt. Jetzt. Jetzt schauen wir jetzt mal. Also erstmal geht Vorbild. Geht jetzt dahinter. Zack. So. Äh. Ich will, dass die Position tauschen. So. So. Zack. Zack. Dann gehst du dahin. Und greifst auch mal den an. Während hier die kleine Süße greift dann hier an. Danke. Irgendwie war das echt keine gute Idee, dass wir hier hin so manövrieren. Aber egal. Das muss. Damit muss man jetzt leben. So. So. Wir leben, um zu lernen. So. Jetzt machen wir meine hier eine Special Attacken. So. Bam. So macht man das nämlich. Und jetzt machen sie. Ja. Geil. Well. For the win. All the plaque gemacht. Sehr geil. So. Und dann. Attacke. Hier ist du denen einfach hier noch. Und. Wartet mal. So. Zack. 72. Oh. Und sie hat immer noch Power hier. Ey, Leute. Das läuft ja viel zu gut. Ähh. Okay. Nicht alles kann perfekt sein. So, da beendet man den Zug hier an der Stelle, komm, das passt schon Komm ruhig her, wenn du willst Hm, Kilia greifst du an Kilia Weißt du, weißt du, wer der lieber der Kilia ist Ja, von allen Attacken Warte mal Eine Sache Zack Hätte man wahrscheinlich gleich machen sollen Aber ich meine, so ziehen wir den auch viel schöner an was ab Ey, komm, Prini, Mann Das ist doch traurig Jetzt, ihr seid alle so schlecht, Mann Das ist nimmer lustig Wenn ich jetzt ihr mache und sie Sie den jetzt nicht kaputt mache Ich hänge mich auf Dankeschön Ich weiß, das kriegen alle meine Charaktere schaden Das ist mir aber scheißegal Achso Ah, schade Ich dachte, das Gebiet geht jetzt über die ganze Area Und ich dachte, es wird alles gelb Das wird nämlich richtig cool Und hätten wir jetzt hier einen Erfahrungsbus bekommen Naja, egal Dann haben wir unseren Charakteren immer noch ein bisschen Schaden gemacht Auch gut So, zack Vielleicht nicht Kilia anreffen Keine gute Idee Red Magnus So Kilia Das war der Red Magnus Und dann tiefer Aufzähl Nummer 3 Damit kann man leben Nun würde ich sagen Machen wir erstmal einen kleinen Cut Beim nächsten Mal geht es weiter mit der Sky 5 Bis denn Haut rein Euer MC Mavix Ciao